Wissens, die etwas mit prinzipiellen Problemen der Voraussagbarkeit von Systementwicklungen zu tun haben, gibt es noch Grenzen ganz anderer Art, nämlich ökonomische und ethische Grenzen. Ökonomische Grenzen, das sind ganz einfach Grenzen der Finanzierbarkeit. Schon lange reichen die Mittel nicht mehr aus, um der Wissenschaft das zu geben, was diese zur Realisierung ihrer Vorhaben auch solcher, die wesentliche Einsichten versprechen, verlangt. Das hat auch etwas mit immer höheren Aufwendungen für immer kleinere Schritte zu tun. Das heißt mit dem in der Wissenschaftstheorie als Planck'sches Prinzip des wachsenden Aufwands bezeichneten Umstands, dass umso mehr Mittel eingesetzt werden müssen, je höher der bereits erreichte Forschungsstand ist, um einen weiteren Fortschritt zu erzielen. Man denke dabei nur an den Bau und den Betrieb großer Beschleuniger in der Physik, die Unsummen verschlingen, um etwa weitere Stellen hinter dem Komma von als bedeutsam erachteten Messgrößen oder Naturkonstanten experimentell zu überprüfen. So hat die Entdeckung des Top Quarks, des dem Standardmodell der Teilchenphysik nach letzten Quarks, eine Gruppe von 450 Wissenschaftlern aus 35 Instituten Jahren, circa 20 Jahre beschäftigt und zig Milliarden verschlungen. Derartige gewaltige Kosten sind auch der Grund, warum das Projekt des seit 1983 geplanten, 1991 in Texas zu bauen begonnenen Superconducting Super Collider 1993 durch Beschluss des US-Kongresses wieder eingestellt wurde. Sein Bau hätte nach letzter Schätzung mehr als 8 Milliarden Dollar verschlungen. Das gleiche Schicksal wurde Plänen zum Bau eines 100-Meter-Spiegel-Teleskops OAL, Overwhelmingly Large Telescope, zuteil, dessen Hauptspiegel aus 3048 hexagonalen Segmenten sowie einem Sekundärspiegel mit 216 Segmenten bestehen sollte und dessen Kosten wiederum mit zig Milliarden Euro errechnet wurden. Nun will man sich mit einer kleineren Version, genannt EELT, European Extremely Large Telescope, mit einer Öffnung zwischen 30 und 60 Metern zufrieden geben. Bei all dem stellt sich nicht nur ganz generell die Frage nach der Finanzierbarkeit derartiger Forschungsgeräte, sondern auch die Frage nach den Grenznutzen einer solchen Investition. Eine Frage, die auch durch den Hinweis auf Gewährleistung der Forschungsfreiheit nicht beiseite geschoben werden darf. Vielmehr trifft auch auf die Wissenschaft, der allgemeine ökonomische Grundsatz zu, dass sich der Fortschritt selbst begrenzt, wenn seine Kosten schneller wachsen als seine erwarteten Erträge. Eine andere Begrenzung, der sich auch die Wissenschaft nicht entziehen kann, sind ethische Grenzen. Dass es derartige Grenzen gibt, machen heute vor allem Biologie und Medizin deutlich, zum Beispiel im Bereich von Gentechnik und Reproduktionsmedizin. Ethische Fragen stellen sich hier sowohl im Anwendungsfalle, zum Beispiel beim möglichen Klonen, als auch im Zuge der Forschung selbst, zum Beispiel bei der verbrauchenden Forschung an Embryonen. Die allgemeine ethische Frage ist hier stets die, ob wir auch dürfen, was wir im Zuge des wissenschaftlichen Fortschritts können. Voraussetzungen dafür, eine solche Frage zu beantworten, sind wiederum eine universelle Ethik, die nach dem Beispiel der Ethikans über je spezifische Anwendungsformen, zum Beispiel eine Medizin und eine Bioethik, die wissenschaftliche Praxis erreicht, und ein wissenschaftliches Ethos, in dessen Realisierung deutlich wird, dass Wissenschaft nicht nur eine besondere Form der Wissensbildung, eben der wissenschaftlichen Wissensbildung ist, sondern auch das Medium, in dem sich die Vernunftnatur des Menschen auf besondere Art und Weise zum Ausdruck bringt. In diesem Sinne wäre Wissenschaft, nach Aristoteles, eine höchste Form der Praxis und als solche, wie alle Praxis, normativ geprägt. Anders als im Falle der stets auf Erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Probleme führenden Fragen nach theoretischen oder epistemischen Grenzen der Wissensbildung ist die Frage nach ökonomischen und ethischen Grenzen des Wissens, des wissenschaftlichen Wissens, im Einzelfall konkret und dann auch im Sinne tatsächlicher Grenzen beantwortbar. Im Falle ökonomischer Grenzen handelt es sich um faktische Grenzen, die Ressourcen reichen nicht. Im Falle ethischer Grenzen um normative Grenzen, das Sollen bzw. Dürfen begrenzt das Können. Dass auch Fragen nach ökonomischen und ethischen Grenzen dabei nicht immer leicht zu beantworten sind, liegt daran, dass im Falle ökonomischer Grenzen Prioritätsentscheidungen getroffen werden müssen. Wofür sollen begrenzte Ressourcen eingesetzt werden, wofür nicht? Im Falle ethischer Grenzen sogleich ein Streit über die richtige Ethik entbrennt und sich weltanschauliche Dinge in die wissenschaftlichen und ethischen Dinge mischen. Der Mensch ist eben kein perfektes Wesen, nicht nur in erkenntnistheoretischer, sondern auch in ökonomischer und ethischer Hinsicht. 1804 kündigt der Idealist Fichte an, dass er alle Probleme des Wissens, sofern sie die Welt und das Bewusstsein betreffen, gelöst habe. Ich zitiere, Der Unterschriebene erbietet sich zu einem fortgesetzten mündlichen Vortrage der Wissenschaftslehre, das heißt der vollständigen Lösung des Rätsels der Welt und des Bewusstseins mit mathematischer Evidenz. Weit ist er damit nicht gekommen, wobei das Kuriosum einer derartigen Ankündigung in einer der Philosophie ja gern unterstellten Fehleinschätzung der Tragfähigkeit des eigenen Konzepts nicht in dem deklarierten Ziel philosophischer und wissenschaftlicher Bemühungen liegt. Schließlich lässt sich auch die moderne Forschung von dem Ziel vollständiger Erklärungen leiten, auch wenn diese nicht mehr in einem Kopf, sondern auf den Wegen vieler Köpfe und Disziplinen gesucht werden. Der Suche nach Wissen liegt immer die Idee eines vollständigen Begreifens zugrunde. Wer nur halb verstehen will, versteht nichts. Dem widerspricht auch nicht das schon zu einem allgemeinen Kriterium der Wissenschaftlichkeit erhobene Diktum Poppers, dass Falsifizierbarkeit, nicht Verifizierbarkeit, den Pfad der wissenschaftlichen Tugend bestimmen sollte. Schließlich wird auch die empfohlene Methode von Versuch und Irrtum, Trial and Error, durch ein vernünftiges Interesse an Wahrheit angetrieben und findet denn auch bei Popper selbst im Begriff der Wahrheitsähnlichkeit, das heißt im Maß der Übereinstimmung einer Theorie mit der Wahrheit, seinen erkenntnistheoretischen Ausdruck. Dass wir uns immer wieder auch in der Wissenschaft irren, spricht eben nicht nur für den Begriff des Irrtums, sondern auch für den Begriff der Wahrheit. Wo es keine Wahrheit gibt, auch im abgemilderten Sinne einer Idee der Wahrheit bzw. im Begriff der Wahrheitsähnlichkeit, gibt es auch keinen Irrtum. Bezogen auf die Frage nach Grenzen des Wissens bedeutet dies, dass das Wissen stets als unvollkommen bzw. unvollständig und irrtumsanfällig angesehen werden muss, nicht im Sinne eines Defekts. Eine derartige Vorstellung würde ja gerade erreichbare Vollkommenheit bzw. Vollständigkeit, in der zuvor unter dem Stichwort Ende der Wissenschaft dargestellten Weise voraussetzen, sondern im Sinne einer prinzipiellen Offenheit, wir können auch wieder sagen Grenzenlosigkeit des wissenschaftlichen Wissens. Damit liegt, paradox formuliert, eben in der faktischen Begrenztheit des Wissens, das heißt in seiner Unvollständigkeit und Korrigierbarkeit, seine prinzipielle Unbegrenztheit, im Sinne eines unabschließbaren Fortschritts des Wissens, beschlossen. Das lässt sich auch auf folgende Weise ausdrücken. Das wissenschaftliche Denken erfindet sich ständig neu. Es realisiert sich in seinen Werken und vernichtet sich mit seinen Werken. Phönix ist das Symbol der Wissenschaft, wie die Eule Symbol der Philosophie ist. Wissenschaft schafft sich selbst, wie sich Philosophie ständig selbst und was sie gesehen hat anblickt. Wissenschaft lebt von der Sterblichkeit des Wissens, Philosophie von der Unsterblichkeit oder besser von der Unendlichkeit der Reflexion, die sich daher auch ständig selbst begegnet, während Wissenschaft vergisst und entdeckt. Nur der Begriff des Werkes oder der Begriff der Konstruktion hält beide, Philosophie und Wissenschaft zusammen. Denn auch die philosophische Reflexion baut, konstruiert, entwirft neue Welten, um sie alsbald wieder mit ihren alt gewordenen Erfahrungen zu füllen. Und hier seien nun noch einmal am Ende an unsere Wissenskugel erinnert. Sie schwimmt im All des Nichtwissens und wird beständig größer, womit auch ihre Berührungspunkte mit dem Nichtwissen zunehmen. Dem Wissen sind keine theoretischen oder epistemischen Grenzen gesetzt. Oder noch anders, nunmehr auch an das über ökonomische und ethische Grenzen Gesagte erinnernd formuliert. Grenzen der Wissenschaft sind entweder Irrtumsgrenzen, der wissenschaftliche Verstand wird Opfer seiner selbst verschuldeten Unzulänglichkeiten. Oder ökonomische Grenzen, der wissenschaftliche Fortschritt wird unbezahlbar. Oder ethische Grenzen, die immer dann gegeben sind bzw. gesetzt werden müssen, wenn sich der wissenschaftliche Fortschritt kurz gesagt gegen den Menschen selbst richtet. Indem er gegen die Geltungsansprüche einer universalen Ethik verstößt. Sei es in der Anwendung seiner Resultate, sei es im Zuge des forschenden Handelns selbst. In jedem Falle ist jedes Maß der Wissenschaft, auch dasjenige, das ihrem Fortschreiten im ökonomischen wie im ethischen Grenzen setzt, ein praktisches, kein theoretisches Maß. Irrtümer erweisen sich als normal, Ressourcen als endlich, universelle ethische Normen als zwingend, ohne dass dies mit unüberwindbaren Eigenschaften des Erkenntnisobjekts oder des erkennenden Verstandes zusammenhänge. Das aber bedeutet, die Wissenschaft hat sehr wohl praktische, aber keine theoretischen Grenzen. Wäre es anders, würde sie entweder im Falle allgemeiner Begrenztheit zu einer Episode oder im Falle allgemeiner Grenzenlosigkeit zu einem Fluch. Fluch 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 Fluch